In der vorherigen Traumsequenz den kitschigen Linienbus mit anderen renoviert, die Folien abgezogen und neu platiniert. Im zweiten Traum breiter Fluss, die Schuhe schwimmen vorbei und lässt sich den ganzen Fluss hinabtreiben. Später in Begleitung eines Hundes. Dann kommt man an eine Engstelle. Ein Klauenwurm aus einem Ring heraus stellt sich als Werber für sein Theater-Tanzlokal heraus. Von da muss man ein paar Treppen an der Flussseite hinabgehen, bevor man sich wieder weiter treiben lassen kann. Fertig!